Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, zu Beginn gibt es heute ein großes Dankeschön an die zahlreichen Helfer und Spender der Tierweihnacht am vergangenen Samstag. Der Tierschutzverein und die Mitarbeiter der Archinoa wollen auf diesem Weg ihre Freude und Dankbarkeit für Geld und Sachspenden zum Ausdruck bringen. Ohne diese große Hilfe und das Engagement vieler Tierfreunde würde es an vielen Dingen fehlen, die den Tierheimbewohnern das Leben verschönern. Außerdem hatten mehrere Miezen und der vor einer Woche vorgestellte junge Fundhund Glück und fanden Interessenten unter den Besuchern der Weihnachtsfeier. Heute wollen wir nochmals die kleine Hundedame Missy vorstellen, die schon seit Anfang 2019 in der Archinoa leben muss. Sie kam mit vielen Leidensgenossen aus einer nicht artgerechten Haltung über das Veterinäramt in den Tierschutz. Missy ist die letzte dieser Hundeschar und soll doch auch noch ihre Menschen finden. Missy ist ein Jack-Russell-Mischling von ungefähr zehn Jahren. Sie ist nicht mehr allzu sportlich unterwegs und mag es etwas gemütlicher. Die Hündin sucht ein ruhigeres Zuhause bei einem Ehepaar oder einer Einzelperson. Die Hündin ist am Anfang fremden Menschen gegenüber etwas schüchtern, aber das gibt sich schnell, wenn sie merkt, die Menschen meinen es gut. Missy ist mit kleinen Spazierhündchen zufrieden. Das ist gerade richtig für Hundefreunde, die keine ausgedehnten Waldläufe mehr machen können oder wollen. Zuhause kann es aber auch ganz gemütlich sein, beim gemeinsamen Sitzen und Kuscheln auf dem Sofa. Die kleine Missy kann noch viele Jahre älter werden und das soll sie bei Menschenfreunden und nicht in der Archinoa. Zum Schluss stellen wir noch ein Kaninchen vor, das in Gotha in der Leinefelder Straße befunden wurde. Der Löwenköpfchen-Mischling wurde in einer Transportbox gefunden, neben der eine Packung Kaninchenfutter stand. Ein solches Verhalten der Besitzer ist verantwortungslos. Das Kaninchenmädchen wird in der Archinoa auf ungefähr drei Jahre geschätzt. Es werden Tierfreunde gesucht, die schon Kaninchen haben, damit das Fundtier integriert werden kann. Das kann anfangs problematisch sein, aber nach kurzer Zeit klappt es meistens, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Die Kaninchen-WG sollte viel Platz haben. Ein kleiner Stall wäre zu eng.